Amelie, elf Jahre, behauptet, ich kann in vier Metern Höhe schneller eine 15 Meter lange Strecke mit Plank-Crunch-Bewegungen überwinden als Schauspielerin und YouTube-Star Julia Biotics. Amelie und Julia müssen zwei bewegliche Plexiglas-Platten mit einer sogenannten Plank-Crunch-Bewegung zusammen und wieder auseinander schieben und sich sofort bewegen. Jeder hat zwei Durchgänge. Wer die Strecke am schnellsten schafft, gewinnt das Duell. Klein gegen Groß. Auf los geht's. Los! Wir schauen uns das an. Und da ist sie unterwegs. Es geht natürlich komplett in die Bauchmuskeln. Würde sie sich umgekehrt bewegen, wäre das so was wie eine Klappenmesser-Bewegung. Sehr gut, Amelie. Hälfte der Strecke ist jetzt geschafft. Und Gas geben. Komm. Sehr gut. Nicht mehr weit. Zieh durch, Amelie. Komm. Und da ist sie im Ziel. Bereit. Dann auch für dich viel Glück. Toi, toi, toi. Auf los geht's los. Okay. Okay. Ach so, auf los. Ja, ja, los, 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 los. Ach so, nein! Sehr gut. Sie sehen auch hier, dass die Bewegung gut ausgeführt wird. Die Frage ist immer, geht man mehr nach vorne? Ein Stück ist noch zu gehen. Aber ich würde sagen, da wird jeder wahrscheinlich ein bisschen schneller unterwegs sein. Aber du hast noch einen 2. Durchgang. Und da ist sie im Ziel. 54,9. Bist du bereit, Armani? Okay. Du bestimmst selber, wann die Zeit läuft, wenn du durch den Start durchgehst. Let's go. Sehr gut. Und komm. Das sieht gut aus, Armani. Gleich bist du bei der Hälfte. Noch ein Stück. Jetzt bist du bei der Hälfte. Komm. Gib alles. Sehr gut. Komm. Und jetzt geht's auf die Zielgerade. Das kannst du noch schaffen, Armani. Komm. Sehr gut. Jawohl. Komm, komm, komm. 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 Und streck dich lang. Streck dich lang. Oh. Knapp. Julia war bei 54,9 in ihrem Durchgang. Du warst bei 1 Minute 1. Und damit haben wir eine Siegerin im Lenkbrücke-Duell. Und das ist Julia Biotics. Du bist ein richtig guter Mann. Eddorch, ich hätte den zweiten Durchgang lieber geschafft, glaube ich. Deswegen hast du so schnell gemacht. Ja, ich habe einfach richtig. Aber sehr gut gemacht. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt's die hier in der Mediathek und hier gibt's das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.